Ja, die XAX-Erfahrungen. Drei Fehler, die du als XAX-Vertriebspartner niemals machen solltest. Also ich selbst bin kein XAX-Vertriebspartner, ich selbst bin auch kein XAX-Kunde, ich selbst bin Trainer und ich habe diverse Facebook-Profile von XAX-Vertriebspartnern analysiert und darf mit dem einen oder anderen auch zusammenarbeiten und das ist eine positive Kritik, die dir helfen soll, falls du selbst XAX-Vertriebspartner bist oder werden möchtest. Also Punkt Nummer 1 meiner XAX-Erfahrungen für Vertriebspartner ist es, diese Tester-Sets oft zu zeigen. Also es gibt ja von XAX diese Parfumsets, diese Tester, die du einem Interessenten zeigen kannst und wo er dann riechen kann und dann bestellen kann. Und was ich sehr, sehr oft sehe auf Facebook, also diese Kritik bezieht sich auch auf Facebook, dass diese XAX-Parfums, diese XAX-Tester-Sets hergezeigt werden. Ich kann nur sagen, es wird dir kaum Kunden bringen oder keine Kunden bringen, sondern du hast zwei Probleme. Das eine ist mal, Facebook stuft dich in die Kategorie Werbung ein, bedeutet die Sichtbarkeit deiner Postings geht nochmal zurück. Und das zweite ist, auch die Leute wollen keine Werbung, das heißt du drängst die Leute immer mehr zurück. Die paar, die dann überbleiben, die hättest du ohnehin auf andere Wege bekommen. Also ich würde dir raten, hier nicht den Fokus auf die XAX-Produkte zu legen, sondern Mehrwert zu bieten. Das heißt Menschen Informationen zu geben, die für sie interessant sind. Zum Beispiel interessante Dinge über Parfums oder interessante Dinge über Lifestyle, über Mode. Auch hier ziehst du Menschen an, die die XAX-Produkte verkaufen. Und natürlich auch, wenn du XAX-Vertriebspartner gewinnen willst über diese Themen. Du solltest auf keinen Fall über den XAX-Vergütungsplan sprechen, Marketingplan, über den Verdienst. Wie kann ich mit XAX Geld verdienen? Weil all das kommt erst in den nächsten Steps, aber niemals in einem Facebook-Posting. Nummer 2, die XAX-Erfahrungen für Vertriebspartner ist es, nur auf Parfums zu setzen, auf die XAX-Parfums, statt auf den Businessaufbau. Also wenn du im Network Marketing erfolgreich sein möchtest bei XAX, dann brauchst du ein großes Team. Und du musst dich entscheiden, für eine Zeit, möchte ich neue Kunden generieren für XAX oder möchte ich neue Partner generieren? Beides geht nicht. Das eine Mal sprichst du eben Kunden an und das andere Partner. Ich würde dir raten, wenn du wirklich in die Multiplikation kommen möchtest, dass du dich nicht darstellst als jemand, der Parfums verkauft, sondern als jemand, der einem eine Geschäftsmöglichkeit bietet, aber diese Geschäftsmöglichkeit, in diesem Fall die XAX-Geschichte, nicht verratet. Das heißt, es geht nicht darum, dass du jetzt deine XAX-Geschäftspräsentation zeigst, sondern, dass du hier Neugierde wächst, um dann im Facebook Messenger mit dieser Person in deine 1 zu 1 Kommunikation zu gehen. Ja, XAX-Erfahrung Nummer 3 für Vertriebspartner ist es, zu viele Postings täglich. Also wenn du jetzt motiviert bist, du warst vielleicht auf einer Veranstaltung oder sagst, XAX, das ist genau mein Unternehmen, das möchte ich machen, dann kann diese Motivation zu übertrieben vielen Postings führen. Du sitzt zu Hause, denkst dir, jedes Posting ist Gold wert, jedes Posting möchte ich was machen, aber das ist dann nicht so. Hast du gewusst, dass ab dem zweiten Posting, Facebook, deine Reichweite um 30 bis 50% senkt? Also, du sitzt zu Hause, machst immer mehr, immer mehr, immer mehr und es kommt immer weniger zurück. Und das möchte ich ihm vermeiden, indem du Mehrwert bittest. Also, überleg dir, ist dieses Posting, das du heute machst, wirklich ein Mehrwert, dass der geteilt wird, dass der für Menschen wertvoll ist. Wenn du genau wissen möchtest, wie ich damals im Network Marketing 110 Partner in 30 Tagen gewinnen konnte, mit einem einfachen 3-Schritte-System, dann hol dir jetzt mein Webinartraining unten und ja, das sind meine XAX-Erfahrungen für Vertriebspartner oder die, die es noch werden wollen. Ja, würde mich über einen Daumen hoch sehr, sehr freuen und danke fürs Zuschauen. Viel Erfolg bei XAX, viel Erfolg im Network Marketing. Tschüss, bye, bye, ciao.